Hallo und willkommen. In diesem Videokurs zeige ich dir, wie du deine Unity-Anwendung für Google Android, also für den Google Android Play Store, veröffentlichen kannst. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du einen Store-Eintrag anlegen kannst, deine APK-Datei dann hochlädst und dafür sorgst, dass das Ganze genehmigt wird. Am Ende dieses Videokurses hast du also eine veröffentlichte Android-Anwendung, die im Google Play Store zu finden ist und zwar weltweit. Das heißt, jeder, der ein Android-Smartphone oder Tablet besitzt, kann sich letztendlich dann deine Unity-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen. Viel Spaß mit diesem Videokurs und los geht's! Anlaufstelle ist der Play Store von Google. Hier kannst du deine Apps veröffentlichen und dadurch ist dein Projekt weltweit als Download für alle Android-Endgeräte verfügbar. Also du hast hier nicht nur die Möglichkeit, deine App aus Unity für ein Smartphone zu veröffentlichen, sondern auch für ein Tablet oder Android-TV. Auf die Startseite von Google Play gelangst du hier über play.google.com. Dies ist eine Web-Version des Play Stores, also das kannst du über den Browser ganz normal erreichen. Alle Apps, die du auf dieser Webseite findest, die findest du auch innerhalb der Play Store-App auf deinem Endgerät. Die Apps an sich sind in verschiedenen Kategorien unterteilt. Klicke hierzu auf den Menüpunkt Apps. Hier findest du dann einen Button zu den einzelnen Kategorien, also hier auf Kategorien klicken. Und das sind all die Kategorien, die hier zur Verfügung stehen. Das heißt also, wenn du deine eigene Anwendung dann hier veröffentlichst, dann ist es wichtig, dass du deiner Anwendung hier auch eine Kategorie zuteilst, damit diese dann gefunden werden kann. Du siehst hier, es gibt auch einen Oberpunkt für Spiele und all diese Kategorien, also von Abenteuer bis Worträtsel, lassen sich dann letztendlich selektieren für deine Anwendung. Ganz wichtig ist die Detailseite einer Anwendung hier im Google Play Store. Ich zeige dir das einmal am Beispiel von Fallout Shelter, also dem Spiel Fallout Shelter. Das haben wir hier. So sieht diese Seite aus. Und dieser Aufbau hier im Google Play Store ist von App zu App immer gleich. Du siehst hier das Icon, dann der Name der Anwendung. Dann hast du hier den Hersteller. Und wie schon eben angesprochen, hier die Kategorie, also Fallout Shelter, wurde jetzt hier in Simulation eingeteilt. Du siehst auch, wenn du auf Kategorien noch einmal klickst, hier bei Spiele, hier bei Simulationen, da ist auch Fallout Shelter zu finden. Dann hast du hier die Altersfreigabe. Diese wird automatisch zugeteilt in Abhängigkeit eines Fragebogens. Also du musst dann verschiedene Fragen beantworten und in Abhängigkeit zu deinen Antworten wird dann hier letztendlich die Altersfreigabe vergeben. Sofern in ein Spiel In-App-Käufe eingebaut wurden, dann siehst du auch hier den Hinweis, bietet In-App-Käufe an. In der rechten oberen Ecke siehst du den Hinweis Empfehlung der Redaktion. Es gibt hier eine eigene Kategorie. Das siehst du auch hier Empfehlungen. Du kannst aber auch auf dieses Empfehlung der Redaktion klicken. Hier gibt es verschiedene Empfehlungen bezüglich verschiedener Themen. Und dadurch, dass Fallout Shelter hier einmal gewählt wurde, wird das hier auch angezeigt. Das soll letztendlich als Trust-Siegel gelten, dass der jeweilige Nutzer auch weiß, okay, das muss scheinbar ein gutes Spiel sein, denn das wird ja hier auch empfohlen. Zusätzlich siehst du hier noch die Sterne-Bewertung. Also das Spiel hat jetzt hier 4,5 von 5 Sternen. Und die Anzahl der Bewertungen. Also das ist nicht die Download-Zahl, sondern die Anzahl aller Bewertungen weltweit, die hier gegeben wurden. Okay, als Nutzer des Google Play Stores ist es ja so, du kannst hier auf Installieren klicken und dann wird das auf deinem Smartphone installiert. Ich zeige dir aber jetzt auf dieser Seite, auf der Übersichtsseite der einzelnen App noch ein paar weitere wichtige Sachen. Also nicht nur das Icon und der Name sind hier wichtig, sondern auch der Bereich hier unten. Da kannst du nämlich Videos einbinden und Screenshots. Und das ist die beste Möglichkeit, einem neuen Nutzer, der hier beispielsweise auf deine Anwendung stößt innerhalb des Google Play Stores, hier ihm zu zeigen, was dein Spiel kann. Also entweder über einzelne Screenshots aus dem Spiel direkt. Oder noch besser, du zeigst das Ganze per Video, wie dein Spiel funktioniert. Also hier könnten wir jetzt auf Play klicken. Also wie du siehst, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass ein neuer Nutzer, der hier auf deine Übersichtsseite stößt, dass sich der ein Bild machen kann, wie deine Anwendung, dein Spiel denn letztendlich aussieht. Unterhalb der Screenshots und des Videos findest du die komplette Beschreibung. Also hier über weitere Informationen kannst du dir die komplette Beschreibung ansehen. Und hier kannst du in Form von Text beschreiben, was dein Spiel letztendlich ausmacht und welche Möglichkeiten es hier gibt. Hier folgt jetzt auch der Abschnitt mit den einzelnen Bewertungen. Und ein Stück weiter unten findest du noch zusätzliche Informationen. Diese sind vor allem für dich wichtig, wenn du ein Spiel veröffentlichen möchtest. Du siehst hier, wann die App zuletzt aktualisiert wurde, die Größe, wie oft das Spiel installiert wurde. Dann hier die aktuelle Version des Spiels, die erforderliche Versionsnummer, Altersfreigabe, das hatten wir oben schon. Und was hier auch angezeigt wird, ist, in welchem Bereich sich die In-App-Käufe bewegen. Also wie viel Geld man letztendlich für einen In-App-Kauf ausgeben kann, von 1,07 Euro bis 99,99 Euro. Hier noch die Informationen zum Entwickler. Und was du hier auch dir ansehen kannst, sind die Berechtigungen. Details ansehen. Jetzt siehst du hier die Anwendung Fallout Shelter von Bethesda Software. Du kannst auf folgendes zugreifen. Geräte und App-Verlauf. Fotos, Medien, Dateien. Speicher, WLAN und hier Sonstiges. Okay, und deine Aufgabe ist es jetzt, bevor du deine eigene App hier veröffentlichst, dass du dir erst einmal die ein oder andere Übersichtsseite eines bereits veröffentlichten Spiels dir ansiehst und dich mit dem Aufbau so einer Seite vertraut machst, denn dann wird dir auch klar, was du letztendlich alles hierfür benötigst. In diesem Abschnitt fügen wir nun gemeinsam die erste App zur Google Play Konsole hinzu. Klicke hierzu auf Alle Apps, also hier im Hauptmenü Alle Apps und dann hast du hier oben rechts einen Button, der heißt App erstellen. Button mit der linken Maustaste anklicken und dann öffnet sich hier auch automatisch ein neues Fenster. Hier kannst du die Standardsprache festlegen, in meinem Fall jetzt hier Deutsch. Als Titel nehme ich jetzt hier einmal Crazy Plain und klicke auf Erstellen. Dadurch wurde jetzt diese App hier in der Google Play Konsole erstellt. Das siehst du auch hier oben, also hier steht Store Eintrag und dieses Crazy Plain Entwurf jetzt bei mir. Und hättest du mehrere Apps, dann könntest du diese hier über das Dropdown Menü auswählen oder über die Suchleiste dann letztendlich auch finden. Der Titel lässt sich jetzt jederzeit noch ändern. Hier gibst du letztendlich dann eine kurze Beschreibung ein. Ich nehme jetzt als Kurzbeschreibung einmal Steuerer Flugzeug in 2D. Hier gibst du dann eine vollständige Beschreibung ein und diese vollständige Beschreibung ist genau das, was du hier auch bei Fallout Shelter in unserem Beispiel hier gesehen hast. Also hier bei Weitere Informationen. Das alles ist letztendlich die vollständige Beschreibung von Fallout Shelter. Wichtig ist, wenn du deine eigene Beschreibung hier erstellst, dass du dich informierst über die Richtlinien. Also diese vorher lesen. Hier gibt es dann auch ein paar Beispiele, was man tun bzw. nicht tun sollte. Also das kann dir bei der Erstellung einer Beschreibung sehr helfen. Da auch die vollständige Beschreibung hier ein Pflichtfeld ist, werde ich jetzt hier kurz als Beispiel einfügen. Für alle überquerten Hindernisse erhältst du einen Punkt. In deiner Anwendung sollte das natürlich so ausführlich wie möglich sein. Also beschreibe detailliert, was dein Spiel ausmacht und warum es der Nutzer letztendlich auch spielen sollte. Okay, und dann kannst du auch schon hier deinen Entwurf speichern. Dann ist die App hier gespeichert und du kannst jederzeit mit den Änderungen hier fortfahren. Also wenn du dich beim nächsten Mal bei der Google Play Konsole hier anmeldest, dann siehst du bereits deinen Entwurf hier. Das hier ist der Name der App jetzt bei mir. Diesen kannst du selektieren. Dann befindest du dich hier in dieser Übersicht im Dashboard der einzelnen App. Und die Daten, die du gerade eingegeben hast, das war der Store-Eintrag. Siehst du hier, Store-Eintrag. Das sind die Daten für Titel, kurze Beschreibung und vollständige Beschreibung. Unser Ziel ist es, dass all diese grauen Icons zu einem grünen Icon werden. Das heißt, all diese Optionen müssen wir noch einstellen. Nach ein paar Stunden erhältst du sowohl auf der Google Play Konsole den Hinweis, dass deine Applikation veröffentlicht wurde und du erhältst eine E-Mail bezüglich des Ratings, ein sogenanntes Rating Certificate. Jetzt siehst du dann das jeweilige Rating, genauso wie es auch im Dashboard angezeigt wurde, nachdem du die Fragen beantwortet hast. Über die Glocke wirst du hier oben auch informiert, also über die Benachrichtigungen. Dein Update ist online. Erstellt habe ich das Ganze um 13.44 Uhr und veröffentlicht wurde die Applikation um 16.29 Uhr. Du siehst also, diesmal hat der Veröffentlichungsprozess nicht mehr als drei Stunden gedauert. Und hier im Dashboard deines Titels kannst du dir jetzt die Google Play Seite anzeigen lassen. Also exakt so, wie wir es auch bei Fallout Shelter hatten. Da klickst du auf bei Google Play ansehen. Ein neuer Tab öffnet sich mit deiner Übersichtsseite. Es ist ganz wichtig, dass du nach...